Mit der Praktikumswoche schnuppern Schülerinnen und Schüler jeden Tag in unterschiedliche regionale Unternehmen hinein. Sie als Unternehmen haben mit der Praktikumswoche so die Möglichkeit, interessierte und motivierte Talente kennenzulernen. Um zu starten, schalten Sie auf der Plattform Ihre Praktikumsstellen. Nun wählen Sie die Tage aus, an denen Sie Praktikantinnen und Praktikanten aufnehmen möchten. Jetzt werden Ihnen automatisch Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen, die sich für Ihre Berufsfelder interessieren. Nach einem Blick ins Profil können Sie den Vorschlag annehmen und sich auf einen spannenden Schnuppertag vorbereiten. Die einzelnen Tagespraktika können Sie individuell gestalten, egal ob in der Werkstatt, im Büro, auf der Baustelle oder einfach nur im Team. Überzeugen Sie potenzielle Azubis mit Ihrem Arbeitsumfeld. Lernen Sie mit der Praktikumswoche unkompliziert viele interessierte Talente kennen.